Leute, Leute, ich muss ganz leise sein, aber ich habe was richtig geiles für euch, denn es gibt wieder ein neues Gewinnspiel, ihr müsst raten, was ich in einer Kiste ziehe, aber es geht nicht um diese Kisten hier, Leute, es geht nicht um die Gratistruhen, nein, 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 bäng, instant im Shop, es läuft gerade richtig gut bei mir, eine legendäre Truhe, ich habe nur noch zwölf Minuten, das heißt, ihr wisst, was das heißt, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, kriege ich für eine legendäre Karte, ja, ich habe zwei legendäre Karten noch gar nicht gezogen, wer meine Videos kennt, weiß, welche Karten das sind und, ähm, ja, einer von euch kann 10 Euro gewinnen, auf jeden Fall, ich werde das dann auslosen, ich werde es Montag auflösen, von daher habt ihr über das Wochenende Zeit, ich wünsche euch viel Glück, haut rein, macht euch Tschüss und Servus, euer Basi.